Moin, willkommen am Hamburger Hauptbahnhof. Im Juli 2022 finden hier Bauarbeiten statt. Am Tag dieser Aufnahmen, am 15. Juli, fuhren deshalb alle Züge nach Westen auf Gleis 2 durch den Hauptbahnhof. Der Zielanzeiger ist hier nicht zu lesen, aber es dürfte sich um eine S1 in Richtung Wedel handeln. Diese Züge fahren sonst in der Regel von Gleis 1. Und so geht es Zug um Zug weiter. Es ist Freitagnachmittag in der Hauptverkehrszeit – und alle Züge fahren durch Gleis 2. Manche Züge müssen auch vor der Einfahrt warten, wenn der vorige Zug den Bahnsteig noch nicht geräumt hat. Manche Züge Die orange Kleinlok mit dem besonderen Auspuff, vermutlich für Tunnelfahrten, findet bei mehreren Menschen Interesse. Diese S1 nach Wedel wechselt im Tunnel wieder auf das rechte Gleis. Es steht nur der halbe Bahnsteig zur Verfügung. Die andere Hälfte am Gleis 1 ist mit einer Trennwand abgeteilt. Auf dem Zielanzeiger könnt ihr sehen, dass die Züge in dichter Folge an Gleis 2 fahren. Bei den Bauarbeiten wird der Brandschutz der Haltestelle auf den heutigen Stand gebracht. Außerdem wird der Bodenbelag des Bahnsteigs erneuert. Der erste Abschnitt des City S-Bahntunnels wurde Ende Mai 1975 eröffnet. Im normalen Betrieb fahren hauptsächlich die Züge in Richtung Dammtor von Gleis 2, zum Beispiel die Linie S21. Die Linie S21 Am Ende gibt es einen Pausenbereich auf der Baustelle. Die Gleisverbindung liegt noch unterhalb des Parkdecks. Deshalb erscheint dieser S1 wieder ganz regulär auf dem Gleis zum City-Tunnel. Und damit sage ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal!